Diese Folge von Tipps in a Minute dürfte für alle Unternehmen interessant sein, die ein Kreditkartenprogramm ausgerollt haben oder dieses noch vorhaben. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit Kreditkartentransaktionen in SAP Concur zu integrieren. Dabei kooperieren wir mit einem breiten Ökosystem an Banken, so dass eine Vielzahl an Kartentypen und Zahlungsarten denkbar ist. Schön darstellbar ist das am Beispiel der persönlichen Firmenkreditkarte des Mitarbeiters. Sind die Kreditkartendaten im System hinterlegt, wird bei der nächsten Zahlung die Ausgabe automatisch in SAP Concur überführt. Die zugehörige Ausgabe mit Beleg wird der Kreditkartentransaktion dann automatisch zugeordnet und ist bereit für die Genehmigung. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Stärkung des eigenen Kreditkartenprogramms und für den Mitarbeiter wird die Abrechnung zum automatisierten Kinderspiel.